Hallo an alle, mein Name ist Dr. Scott D'Aventi. Heute bin ich hier mit Anna und wir werden sehen, wie drei, vier verschiedene grundlegende Systeme in ihrem Körper testen werden. Wir wollen sehen, wie es diesen Systemen gibt. Wie ihr alle wisst, sind wir in unserem Leben jeden Tag mit Stress konfrontiert, egal ob es sich persönlichen Stress oder Umweltstress handelt. Also werde ich diese vier Bereiche des Körpers testen, um zu sehen, ob sie stark oder schwach sind. Das heißt, ob sie eventuell Hilfe bei ihrem System brauchen könnte. So legen wir erstmal fest, dass mich mein Druck ausgleicht, sich stark zu testen. Also gehe ich jetzt zu der Zirbeldrüse und die ist schwach. Nun, die Schilddrüse ist auch schwach. Zuletzt ihre Thymusdrüse. Sie zeigt sich auch als schwach. Schauen Sie uns dann noch eins an, das Herz. Auch schwach. Jetzt nehme ich dieses Teil. Es heißt Basic Health von IPC. Und ich werde es auf ihren Körper legen. Und ich werde sehen, ob dies dazu beiträgt, diese bisher schwachen Bereiche zu stärken. Ich werde jetzt die Zirbeldrüse zurückgeben. Stark. Schilddrüse. Auch stark. Thymus. Auch stark. Und zum Schluss das Herz. Stark. Ihr seht also, dass dieses Teil den Menschen dabei hilft, diese Bereiche, die in ihrem Körper schwach sind, stark zu machen. Stell dir vor, du würdest jeden Tag dieses Teil an deinem Körper tragen, was es für dich tun könnte. Speziell mit allen Umweltbelastungen, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind. Hallo, mein Name ist Dr. Scott Dementi. Ich bin seit über 24 Jahren licensierter Chiropraktiker. Ich bin auch für Muskeltests hier im Bundesstaat Florida zertifiziert und übe dies seit über 13 Jahren aus. Meine Aufgabe ist es, die Bedürfnisse des Körpers in Bezug auf die Ernährung herauszufinden und den Körper wieder in seinem normalen, heilungsfähigen Zustand zu verhelfen. Zschüss. Zschüss. Zs absorberen die Notễ agua Mikarı. Es ist super. Zschüss. 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 Vielen Dank.